Was geht ab Leute und recht herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von This Hornet 1 Wir waren das letzte Mal im Gefängnis gewesen, nachdem wir angeblich die Kaiserin getötet haben Und wir betreten jetzt die Kanalisation Stinkt das hier Gehen wir aus dem Weg Amen Okay Da drauf jetzt mal wirklich ein Amen Wir gehen den Ratten hier aus dem Weg Ach doch hier unten drunter durch Wir sind hier wieder im Schleichmodus Hier liegt nur eine leere Flasche Haben wir hier noch irgendwas wichtiges liegen Da haben wir eine Tasse Ansonsten Liegt hier nur ein Buch Damiens Tagebuch Oh Da könnte er ja nur von Glück sagen, dass hier nichts los war Und wir drehen das Rädchen hier Okay Okay, hier liegt einiges rum An Essen Sollten die Leicht nicht in die Wagen, die sie in den überschwebten Hütze bringen? Ach, vergiss es Viel zu weit Ich will mir ja nicht die Seuche holen Du? Nein Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht Was soll's Lass sie uns hier rein Wollen die Ratten das machen? Okay Okay Ha! Ausgetrickst, diese kleinen Schlawiner! Alle tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Wir essen mal was. Wir haben noch sechs Kugeln. Noch ein bisschen was. Au. Oh. Nützliche Sachen. Ich schaue mich hier aber erst jetzt noch mal vorher um. Was haben wir denn hier? Mhm. Mhm. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht den Helden zu spielen. Oder was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Hier drin stinkts wie ein Schöpfer. Hm. Meinst du, dass ich während dann... Was ist der Scheiße? Verkannte Seuche. Wir laden alles zum Bruch. Ich fähre es nicht. Ja. Schöne sterben, du. Ach komm, deine Beute nehme ich auch noch mit. Ach ja. Ist das nicht so gut? Wir sind nicht so gut. Wir sind langsam nicht so gut. Wir sind so gut. Schöpfere Offiziere des Staates schlafen bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder zurückkommen. Hier drüben! Schnell, ich bin ein Freund! Ich bin Sander. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Töpfpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Na gut, dann mal los! Ja Leute, damit wäre das erste hier jetzt auch wunderbar erledigt. Gegner eliminiert, Zivilisten eliminiert, keine Alarme ausgelöst, keine Leichen oder bewusste Personen entdeckt. Fünf, allgemeiner Chaosfaktor, Gesamthoch, niemanden getötet, Geist nicht entdeckt worden, keine Sonderaktion erreicht. Ja, mit den Runen brauche ich dich nicht. Was? Es gab 1110 Münzen? Puh! Na gut, mit den 400 bin ich erstmal ganz von vornherein gut klar. Ich gucke jetzt erstmal, wie viel Aufnahmezeit wir hier schon haben. Das heißt, ein bisschen können wir hier noch machen. Aber auch nur ein klitzekleines bisschen, da muss ich auch schon wieder abgehen. Das ist der Houndpitz-Pub. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lord Regenten. Er merkt gar nichts davon. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lord Regent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Wir haben Admiral Heplop und die anderen Kaiserträumen getroffen. Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und ihren Namen rein zu waschen, dann er. So Leute, weil ich würde sagen, ähm, was war es jetzt hier von der, von dieser Folge wird, war jetzt eine kurze Folge, dafür werden die nächsten Folgen länger, ähm, lasst doch bitte eine Bewertung da, wenn ihr diese Spiele feiert. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, aber bis dahin, macht es jetzt gut und Cheerio.